Hallo! Meine lieben Schlafmützen, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu diesem neuen Video von mir. Heute soll sich alles um Handsounds drehen. Das war ein Teil von der großen Kollaboration mit anderen A-Smartisten und es haben einige Leute in die Kommentare geschrieben, dass ich doch mal ein einzelnes Handsound Video machen soll. Und ich dachte, das mache ich mal als erstes mache ich ein wenig Fingerfluttering und Handsounds ohne jegliche Creme. Danach gebe ich etwas lauschen hinzu und mache damit ein wenig Handsounds. Und im Anschluss folgen Handsounds mit Babyöl. Babyöl. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Lasst am besten jetzt schon mal ein Abo und ein Daumen nach oben da. Normalerweise sage ich das immer erst am Ende des Videos, aber vielleicht schlafen ja einige bis dahin schon ein. Das würde mich wirklich sehr unterstützen. Wenn ihr mir einen Kommentar und ein Like da lasst. Und natürlich auch ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Meine Hände sind super trocken. Aber ich finde, je trockener die Hände sind, desto besser klingen. Und sonst, wenn sie ohne jegliche Creme sind. Fluttering, 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 fluttering. So. Ich fahre dir über dein Gesicht. So. Tuck, 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 tuck. Tuck, 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 tuck. Aber wie findest du eigentlich das Licht? Ich habe es momentan immer ein wenig dunkler, damit die Lichtrakette schöner zum Vorschein kommt und du deine Augen auch immer ein wenig besser entspannen kannst. Es gibt allerdings ein Problem, denn je dunkler das Video ist, desto schlechter ist, glaube ich, auch immer die Qualität. Aber ich finde zu hellen Videos, gerade ist die Bahn vorbeigefahren, wobei ich stehen geblieben bin. Ah ja, genau. Jetzt, ich finde Videos mit einem so hellen Hintergrund sind nicht so entspannend wie Videos mit einem etwas dunkleren Hintergrund. So low light, low light, low light mäßig. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da tue. Ich probiere mich mal ein wenig aus und hoffe, dass es gut klingt. Also nehmen wir es nicht übel, wenn ich komische Sachen mache. Ich finde irgendwie auf dem rechten Ohr klingt es bei mir immer nicht so intensiv wie auf dem linken Ohr. Aber vielleicht bin ich da einfach nur ein wenig komisch. Welches ist euer empfindliches Ohr? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir das doch in die Kommentare, ob ihr ein empfindlicheres Ohr habt und wenn ja, welches. Ich finde so Nail Sounds klingt immer besser aufgemacht, Nägeln, aber ich habe leider nur Shorties, Shorties oder Shorts. Keine Ahnung, ich mache das nicht. Die musst du da! Sonne. Wenn du spreidest spielst du, Untertitelung des ZDF, 2020 Einen Ohr 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 Was ist das? Ich würde sagen, ich gebe langsam etwas Lotion hinzu. Dazu nehme ich von Balea eine Body Lotion. Die ist wirklich sehr reichhaltig und auch sehr alt. Ich habe die schon mega lange. Man muss dazu sagen, sie ist auch super ergiebig. Ich mag die Marke Balea total, obwohl sie sehr günstig ist, finde ich, dass sie wirklich tolle Produkte hat. Eigentlich würde ich echt gerne mal ein DM-Hall machen, aber ich habe ja keinen Greenscreen und ich finde irgendwie ohne Greenscreen ist das so ein wenig unauthentisch. Ich weiß nicht. Wollt ihr trotzdem mal ein DM-Hall oder lieber nicht? Schreibt mir doch in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr ein DM-Hall haben wollt. Da flutscht ich immer. Oh Gott. Oh Gott, mein iPad. Ihr müsst dazu wissen, ich stapel mein Mikrofon auf einem Karton und meinem iPad, damit es die perfekte Höhe für mich hat. Denn wie schon mal erwähnt, in einem anderen Video besitze ich keinen Stativ. Ich fahre dir über dein Gesicht. Entspann dich das. Ja. Schließe am besten deine Äuglein und konzentriere dich nur auf meine Stimme und die Geräusche. Ja. So. Mit dieser Bewegung mache ich meistens die Layered Sounds bei Massagevideos. Weil ich finde, dass die Geräusche dann am intensivsten rauskommen von der Lotion bzw. vom Öl. als wenn ich einfach nur so mache. So. So. Du kannst dir vorstellen, dass ich dich gerade eincreme, damit deine Haut schön mit Feuchtigkeit versorgt wird. So. 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 Mein Nägel ist jetzt ein wenig Creme. Ich bin jetzt ein wenig Creme. Ich habe echt keine Ahnung, was für Bewegungen ich machen soll. Ich mache es einfach und hoffe, dass es sich gut anhört. Am besten finde ich immer diese hier. Wie schon gesagt, weil es dann am intensivsten ist. So, jetzt werde ich ein wenig Babyöl hinzugeben. Dafür verwende ich mein allgeliebtes Hip-Babyöl. Hip sollte mich echt schon bezahlen für diesen Öl, so oft wie ich es in meinen Videos verwende. Ich liebe es einfach über alles. Es duftet säumlich und ist pflegend und macht was solche tollen Sarans findet ihr nicht. Dieser Move muss auch immer sein. Immer schön schütteln. Einfach schütteln. Einfach schütteln. Eul-Sounds gehören echt zu meinen Favoriten. Ich liebe deshalb Massage-Videos so sehr. Ich finde es echt schade, dass so wenig ASMRtisten Layer-Sounds machen. Denn ich finde, dadurch klingt es einfach viel authentischer. Ich meine, klar, es ist echt ein Haufen Arbeit, aber ich weiß nicht. Ich mache das immer gerne, weil ich einfach mal möchte, dass das bestmögliche aus meinen Videos herausgeholt wird. Ich mache das immer wieder. Sorry, dass ich zwischendurch ein paar Maus-Sounds einbaue. Ich habe ja gerade ein Maus-Sounds-Video gedreht. Ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video hochladen werde, schon online sein wird. Aber falls ihr es noch nicht gesehen habt, verlinke ich es unten in der Infobox. Ich hoffe, dass es den Leuten, die sich dieses Hand-Video, Hand-Movement-Video von mir gewünscht haben, dass es den Leuten eben auch gefallen wird und sie es sich auch anschauen. Denn manchmal habe ich das Gefühl, dass sich Leute, obwohl sie sich ein Video gewünscht haben, es sich am Ende nicht anschauen. Denn ich habe schon ein paar Mal Video-Wünsche bekommen. Und als ich dann darauf eingegangen bin, gab es gar keinen Kommentar von dieser Person. Und ich weiß nicht, ob sie es dann einfach nicht gesehen hat, oder was ihr nicht vorgeschlagen worden ist, oder was da los ist. Oder ob sie einfach vielleicht schon eingeschlafen ist. Aber ich finde das immer etwas schade, weil ich mache ja extra das Video dann für diese eine Person. Also klar, ich mache es für jeden, aber ich gehe ja extra auf einen speziellen, individuellen Wunsch ein. Und dann ist es halt irgendwie schade, wenn die Person das nicht sieht. Aber das soll natürlich kein Vorwurf sein, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Hier sind wir frei von Vorwürfen. Ganz viel Liebe ist hier. Nur Liebe und positive Energie. Denn wir brauchen kein Ärger in dieser Welt. Ärger, was ist das eigentlich? Das existiert. Doch gar nicht auf diesem Kanal. Nein, nein, nein. Hier herrscht nur Ruhe und Entspannung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch ein Daumen und nach oben ein Kommentarchen und ein Abo da. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Ich wünsche euch eine wunderschöne Gute Nacht. Schlaft schön, meine Lieben. Schlafmütze und traut was Wunder, 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 Wunderschönes. Ciao, ciao.